Sichtbarer Atem stieg aus dem Mund des Mannes, und sein verschwitzter Körper dampfte. Es war klirrend kalt. Er stand eingehüllt in eine Nebelwolke da, blau-weiß wie das Licht, das von seinem Kopf nach unten strahlte. Als er eine Pause machte und sich aufrichtete, fiel der Lichtschein auch auf sein faltiges Gesicht. Er fuhr sich mit dem Arm über die Stirn, seine groben Hände stützten sich auf den Griff des Spatens, und er lehnte sich leicht nach vorn, bis sein Atem sich beruhigt hatte. Er war zwar kein Jungspund mehr, aber er konnte immer noch hart arbeiten. Dicht an dicht standen die Stämme der Kiefern um ihn herum, wie stumme Zeugen, die nie ein Wort über sein Verbrechen verlieren würden. Und nicht mehr lang, dann war er weg und würde nie wiederkommen. Er schuftete schon eine ganze Weile. Zum Glück war der Frost noch nicht in den Waldboden eingedrungen, den er sorgfältig abgeschritten war, bevor er angefangen hatte. Jetzt stand er in einer Grube, die so tief war, dass er fast bis zur Hüfte darin verschwand. Nur noch fünf Minuten. Er holte ein paar Mal tief Luft, was seinen heftigen Hustenanfall auslöste. Er rückte die Stirnlampe zurecht, bis sie ihn nicht mehr störte. Dann legte er wieder los. Er schaufelte die Erde nach links und rechts auf die beiden Planen, die er mitgebracht hatte, weil er ein vorsichtiger Mann war, der nicht mehr Spuren hinterlassen wollte als unbedingt nötig. Auch dass er so tief grub, war seiner Vorsicht geschuldet. Man sah es ja oft genug in diesen amerikanischen Fernsehserien, wenn es um die Arbeit der Kriminaltechniker ging, dass nach etlichen Jahren plötzlich Knochen aus der Erde ragten oder dass wilde Tiere Witterung aufnahmen und Geheimnisse aus dem Waldboden scharrten. Das würde ihm nicht passieren. Als er einigermaßen zufrieden war, kletterte er aus der Grube, legte den Spaten beiseite und überlegte das weitere Vorgehen, während er verschnaufte. Er ging zu dem großen, länglichen Bündel, das ordentlich eingewickelt und sorgsam verschnürt war. Dann griff er nach den Beinen und fing an zu ziehen. Das Bündel war schwer, aber die Plane glitt leicht über den Waldboden bis an die vordere Schmalseite des Grabs. Vorsichtig, mit Rücksicht auf seine alten und jetzt auch müden Beine stieg er zurück in die Grube, packte das Bündel, nahm alle Kraft zusammen und zog. Untertitelung des ZDF, 2020